TAMPY GAMES und zwar die Kaolkoppel, der Zinker, der Markus Mai, der Michael Hess und der Itz Punchline Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück Wenn wir jetzt die Backklicken Trommelwirbel, 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 Trommelwirbel Der Itz Punchline hat gewonnen Ja, herzlichen Glückwunsch Itz Punchline Ich werde dich per E-Mail benachrichtigen oder dir sofort den Code zusenden Ja, viel Glück damit mit dem DLT Winter Pipe Pack Ja, das nächste Gewinnspiel DLT Pipe Pack wird wohl das Salomon sein, also das für den Lachsen Das ist ein recht teures DLT Ich glaube so 45, ich weiß jetzt nicht genau oder eventuell das Barsch Pack Das ist auch so 50, roundabout 50 Euro Also immer schön dranbleiben hier und ja, würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video Moin Moin! Ja! 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 Ja!